Was ist die Jury-Sitzung? Leser und User können dann voten, wer gewinnt in den Kategorien Holz, Dach, Metall und Bauherr den Sanierungspreis 2014. In diesem Jahr merkt man, dass unsere Handwerker mehr Zeit auf der Baustelle verbracht haben. Das heißt, wir hatten den milden Winter und es sind gute Objekte vorgestellt worden. Leider manchmal, glaube ich, ist es der Zeit etwas geschuldet, dass unsere Handwerker nicht so ausführlich ihre Objekte beschrieben haben. Wie jedes Jahr eine ganz tolle Veranstaltung. Es ist ein großer Wettbewerb in den verschiedensten Sparten, die da stattgefunden haben. Ich finde es begeisternd, wie viele Handwerker sich dennoch die Zeit nehmen, muss ja ein bisschen Vorbereitungszeit kosten, sich darum zu bewerben. Es ist natürlich ein Wettbewerb wie bei jedem. Es kann zum Schluss bloß einen, in dem Fall erst mal drei Sieger geben. Und ich bin heilfroh, dass ich heute wieder eingeladen wurde, an dieser Vorentscheidung mit teilzuhaben. Ich bin heilfroh, dass ich heute wieder eingeladen wurde, an dieser Vorentscheidung mit teilzuhaben habe.